Hallo und willkommen zurück zu Starcrawlers. Ich habe das ganze Zeug von Sledge schon vertickt bzw. verteilt. Das ganze Loot ist verkauft und ich habe noch mal ein paar Mad-Kids geholt. Und können wir mal direkt gucken. Dumpstar Diving. Suggested Level 10. Ich muss gerade mal gucken, wie schaut es denn hier aus mit dem Level 11, 10, 10, 10, Level 8 ist eher nur... Bounty H.O. Level 11. Eventuell könnte man mal so eine kleine Mission machen, die wohl wirklich nicht schief gehen kann. Protect the Scientist. Das wär's doch. Genau, dann machen wir mal so eine einfache Mission. Und wir gucken mal, dass er hier zumindest auf Level 9 kommt. Ja, das hört sich doch sinnvoll an. Und dann können wir ja als nächstes mal eventuell die Story Mission angehen. So, Rollout. Äh, wieder ist das Alert Level. Keine Ahnung. Wow. Das geht ja direkt los. So, wir verdienen mal die Kombo-Punkte. Heart Slap kann... Wollen wir mal wissen... Wollen wir mal wissen... Ja, wo als nächstes dran kommt. Du... Das hat er gemerkt, dass du... Ja, das ist hart der Schuss. Ähm... Prototype... Hm, den Foto ist anders, Mau. So, du... Der Normo. So, machen wir mal das hier. Damit können wir dann erst mal direkt... Oh, okay. Ist schon tot. Das ist gut. Ähm... Zack, machen wir mal der Normo gerade tot. Weil die haben jetzt zu viele... Ähm... Lebenspunkte gerade. Das hätten wir nicht mehr gepackt. Ähm, jetzt kommt das Action Stare. Aber... Naja, schon mal nicht schlecht. Zack. So, dann... So, was ist denn das? Target Lock. Ah... Brauchen wir mal nicht. Jetzt können wir uns für die Kose-Klobber aufheben. Schützschild, genau. Das können wir mal machen. Zack. Jetzt holen wir ihn. Und... Unser Scientist schießt vorbei hier. Schlau mal einfach mal so hoch. So, nehmen wir mal was mit. Na, das Schild kennen wir ja schon. Ähm... Ist hier irgendwas? Nö. Ah ja. Ein Kretzstick. Kann man mit dir was machen? Nö, kann man nicht. Okay, nein. In diese Richtung. Wow. Machen wir an. Ein einsamer Wurm im Gang. Oh. 550. So, ich werde... Losen wir uns mal in den Zeemo, bitte. Zulich. Oh. 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 Okay, so, uh, was haben wir da so aufgesammelt, irgendwas ekeliges. Oh, das sind nur normale, alles klar. So, nimm mal einfach mal dich, so, okay, das Schild, was machen wir mit dir am Beispiel, komm, laden wir mal die Kanonmo, ach, Mist, ich hätte so eine, deine komische Sandaklepp machen, oh, das wäre noch am effektivsten gewesen. So, um, ja, da kommt ja ganz drüber hin, na komm, Mensch, was ist drin, das ist gut. Ganz einfach. So, hab ich irgendwas? Ah, das ist fast schon Verschwendung mit der Kanone auf Dennis Schieße, hole mal lieber hier. Dann kannst du... 9 bis 11. Ah, mein Gott, so, ist der tot. Sack. Ah Gott, das sind nur noch zwei Stück da. Aber lohnt sich denn beim Prototype irgendwas großartig zu machen und irgendwie die Hands-Off-Dialog abgesehen, ich weiß sie auch nicht. das kann doch nur bedeuten, dass du Ja-Log vorstielst. Nee. Ah, Prototype ist jetzt oben der Hardslip. Wow. so, ähm, da gehen wir gleich auf das hier und da können wir das da noch hochbringen. Moment. Hä? Ach, come on, ich hab da so auf der Kart was gesehen. Das ist doch der, das Terminal für unser, unser Typ. Oh, da müssen wir mal gucken, die könnte eventuell von Nutzes hin. Die ist aber bestimmt so langsam, oder? Ja, ja. Die ist bestimmt so langsam, aber wir gucken mal, ob die für Denne gut ist. Das ist schon okay, da haben wir auch Geister verlust von Time Units. Wir probieren es mal. Und da werden wir nicht wieder von unten 이렇게 ziehen. AGAKWALWUCH. Ja, das war so ein... ...große Lagerhalle. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, der mit Spritze und was weiß ich was, was gedöhnt. So, Prototype, ähm, und ja, komm, Sanderklappe, wenn man es könne. So, Denil müssten wir eigentlich kremen, Hardslap geben, Denil. So, da kann ich mal so Kaffee to go holen. Ah, sehr schön, genau, das ist noch Sache, die mal wolle. Das ist auch noch so Kaffeeautomat. Ach so, und hier sind wir, genau, ähm, der Vollständigkeit halber könnte man mal noch hier rum gucken. Boom Slang, Blast Gun, nö. Oh, was besp... Oh, sehr geil, sehr geil, genau sowas wollte man doch. Oh. Oh. Das wollte man doch. Okay. So, und hier fangen wir mit dem Schild an. So, wie kann ich am besten Fläche schade machen? So, du machst auf jeden Fall Sanderklappe. Gibt's nix. So, eventuell fangen wir einfach so an. Na, da kommt Schnau, das ist gut. Wow, unser Scientist ist auch schon gut angeklatscht. Sehr schön, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Noch elf, verdammte Axt. Ah, ja, bin ich vorher damage kaputt gegangen. Okay. Hm, Salvador. Okay. Kann man nix mehr? Wow. Oh. Ah, der ist allein. Topput. Oh. Oh, noch ein Kratzig. Sehr schön. Noch so... komischer Bob da. Der hat jetzt mal Hilfe dabei. Naja, also wir kriegen... Ach, guck das ab hier. Eventuell fangen wir mal direkt so an. Ich kann die Stunts, das geht aber gar nicht. Ich kann die Stunts, das geht aber gar nicht. Das ist natürlich absolut nicht ohne Stütze. So, der hat schon Brandschade, finde ich gut. Hm. Ja, dieser Brandschade vom Heartstep gefällt mir richtig gut. Ja, dieser Brandschade vom Heartstep gefällt mir richtig gut. Biological Agents. Wow. So, ich hoffe, mir komme hier noch relativ ungeschade durch. Ich habe nämlich jetzt keine Motivation hier. Ich bin jetzt ein Netge zu benutzen. Ich habe jetzt ein Gott. Das ist ein�ut auf, machen auf dem Weg wirr. Ich habe hier wohl auf. Wir machen jetzt den Bomben ein. Okay man muss. Euer Bas. Eins Menge auch 3 um und gut finde ich wunderbar auch nicht 3 Sondag wird gern gebraucht und dann schaue da noch vorbei was sollten das Das ist meine Schwannerei hier. Wow. Oh. Äh, ach so. Was bedeutet denn, dass ich die so komisch husche und mache? Damage Boost, das ist total ungut. Lächerlich. Und der erste Stand, das ist nicht gut. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Dann machen wir lieber auf denne, das hier, oh ja, was auch gut drin gehauen. Okay, keine Ahnung, hier ist Alarm, warum auch immer. Das ist Investigate, oh ja, Hardware Upgrade, immer gut, Exit, da wollen wir noch nicht hin, das wäre schlecht. Ah, okay, mal neunmo, so, warte mal, wir wollen nur auf die andere Seite hier. Äh, so, wo geht's jetzt hin? Oh, ei, 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 komm mal, noch zuerst. Ich möchte mal nur so, äh, Mad Kid nehmen, komm mal ne drumrum. Hm, wieso ist denn da Harz, da bist du nicht da. Hm, was machst du? Machen wir das hier. Das hat sich gelohnt. Oh, ich muss jetzt wirklich was machen hier. Das geht, geht, geht gar nicht. So, bevor das hier komplett schief geht. Das gibt's nicht. Schieße mich auch bei. Äh. Wieso macht denn da Harzzippers, ohne dass ich was steuere kann? Das verstehe ich nicht. Oh, ich hoffe. Das ist das. Warte, ich hoffe. Warte, ich hoffe. Ich hoffe. Der Scientist hängt auch gut in die Seile, aber... Bist ein Untch verschleunet. So, das war's nur relativ effektiv, muss ich sagen. Aber... Es hilft nichts. Es hilft nichts. Sonst schnippeln wir noch ab, das geht ja gar nicht. Ah, guck mal, hier seh ich doch schon den Hellz mit Medkit. Das heißt, es wird auch so ein bisschen raus. So, warte mal. Wir brauchen immer noch ein komisches Ding. Hallo? Bist du böse? Übersch böse. Hm, 2003. Der Scientist, ey. Der Yalog und... So, Hardslip. Ich muss die Fimo ein bisschen anbieten als Target. Um... Um... Das ist weg. ... 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 Wunderbar. ... ... ... ... ... ... Okay, dann sind wir fertig und können uns hier ausgangswoche am Böschte, da hoch und da hinten drinnen, beziehungsweise hier runter. Sehr schön, objective erfüllt und das ist echt praktisch, dass man dort direkt aufgeheilt wird, das ist sehr praktisch. Unspendability Points, das ist sehr gut. Ah ja, Dialog, sehr schön. Das da hochpümpeln, dann könnte man gerade hier mal gucken. Suse Light Armor of Energy, das ist viel rot. Eigentlich könnte man jetzt erstmal durchgucken. Ne, das ist nichts bei uns, dass du auch nicht, auch nicht, alles rot. Ne, vermischst du nichts dabei. Das wäre interessant. Wollen wir mal gucken. Ah ne, ich glaube, ja, Lok, da bleiben wir mal bei der Schlagwaffe. Plus 2 Damage Block, minus 5 Nenheit, minus 5 Crit, minus 2 Experience, aber plus 3 Damage. Block 4 Damage. Oh ja, das machen wir mal. Ne, das machen wir mal nicht. Oh ja, guck mal. N60 Damage, Shield Breaker und Manöver. So, und hier hätte man 78 Damage, Crit, aber mit der Time Units. Ah, das gefällt mir nicht. Die Halls auch schön rundig, roten Flinder, aber mit der Time Units ist das immer so ein Problem. Deshalb würde ich sagen, wir los sind so small. Die Tour ist klar schlechter. Six Shots. Okay, paar 70. Die werden eventuell besser die Tour. Plus, das ist gar nicht so viel mit der Time Units. Das sind nur 15 Time Units. Warte mal, wir gucken mal, wie der hat. 0,29 TU. 0,32, ich hab die Tauschen wir mal. Ja. Okay. Und vor Danny hier, vor der Große. Ne, ich glaub nicht, dass ich mal irgendwas brauche. Das ist bestimmt alles rot. Ja. Ne, brauche ich mal nicht. Ähm. Moment. So. So, hat sich doch noch so ein bisschen gelohnt in unseren Mad Kids. Kommt die dann nämlich doch eh nicht mit. Die benutzt sich doch eh nicht. Die Artikel machen wir mal. Die dort sind wir mal noch drin. Das könnte man mal brauchen. Das ist ja auch was anderes. Ähm. Upgrade Station. Was haben wir da getauscht? Das da? Ne. Ähm. 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 Ich weiß immer noch nicht, was diese Auto-Craft Bench ist. Oder wo ich das Zeug hier kriege. Ich hab keine Ahnung. So. 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 Fatigue machen wir mal noch schnell. Hm. Hm. Keine Ahnung. Ist das doch besser? Hm. Keine Ahnung. Ist das doch besser? Hm. 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 Ich hab mir da relativ gute Menimme und wohl. Ähm. Ähm. Das da, oder? Ähm. Das da, oder? Ach. Bei denen sind wir aber eh gut gestellt. Dann verpassen wir mal das bisschen weiter. Ähm. Nur noch paar Sekunden Zeit haben würde ich eventuell noch hier gucken. Ach guck mal er hat neue Sarat. Das ist schon mal cool. I. Sweep. Melt. Komplett neue Waffe. Oh. Äh. Defense Utility. Das ist klar besser. Mit plus 70. Mal gucken wir mal was hat er doch sonst noch. Was holen wir mal. Okay. Masking Utility. Das ist schlechter als das was machen. Wooster Utility. Nee. 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 Nö. Okay. So was ist mit den Dinger da? Contation. Heels Corruption Damage. Attacks a target and two random for each. Oh. Das ist relativ mächtig das da. Das kostet so viel Geld. Die kostet aber viel Geld. Okay. Debuffs. Interessant. Heute war noch gar nicht bisher. Heels Corruption Damage. Melt. Boah. Das ist. Das ist. Das ist ja fett. Und two random. Vor 30 Corruption Damage. Each. Das ist der Videlma. Auf jeden Fall mal. 90. Oh. Und dort ist. Bombo Matano fans. Erstens. Soll immer. Könnte man uns hier mal leichter oder? Wäre bestimmt nicht schlecht. Ach. Was das oder das hier. Ich würde sagen wo das doch melden. Können wir mal probieren heute. Das holen wir mal. Dann können wir das noch schnell installieren. Und. Wom. Wom. Will ich auf jeden Fall behalle. Ignite. Nimm mal. Ach. Ab und zu. Was ist ein Contation? Ah. Wom. Und da hätte mal. Zu random. Targets vor 24. Corruption. Aber wir haben schon das hier. Wir haben schon das hier. Wo man 32 to each macht. Dann könnte man eventuell. Das Contation austauschen mit Melt. Das probieren wir mal. So. Und dann auch grad. Zack. Oh. Wunderbar. Gut. Dann würde ich sagen. Maria Päusche. Schon lang genug. Und beim nächsten Schmor. Geht's weiter. Bis dahin dann. Bye bye.